ich sag mal so wunderschönen guten tag wir waren gerade ein bisschen draußen unterwegs der maric und ich leider funktioniert das internet nicht so wie gewollt ich habe angefangen zu streamen wird auch ein bisschen material davon in vlog schneiden hier im sommer hatten wir schon verrückte abendlösen die gehen schön mit dir nach hause okay wir laufen einfach runter ich weiß mal hier doch das ding weg das ist ja wunderschöner street art hier zur linken ist das bodemuseum hier tränenpalast das ist damals der grenzübergang gewesen von ost nach west ernsthaft jetzt wirklich deswegen heißt es auch tränenpalast weil die leute sind dann hier rüber mussten durch diese grenzkontrolle und haben dann hier auf der seite dann die ost bekanntschaft die ostfamilie halt getroffen und dann nach nachdem sie dann wieder rüber mussten haben halt alle geweint deswegen hat sich das auch dann hat es der namenpalast etabliert wir gehen mal kurz von reichstag leider ist es einfach ich meine man weiß es ja aber man wissen wir auch nicht wahrhaben streamerei in der hauptstadt deutschlands mit o2 nicht möglich ja jetzt kommen die ganzen spezialisten kauft den live view mit vier sim karten danke fürs gespräch falls jemanden unlimited internet anbieter hat also unlimited handy anbieter hat der preiswert ist und ein super upload hat schreibt es doch mal bitte in die kommentare weil maric will streamen und er braucht dafür einen guten anbieter also es geht jetzt gar nicht um mich sondern es geht eigentlich um maric ich sag mal so wir laufen zurück von genau noch mal hier ich weiß es nicht ob es vorhin aufgenommen hat vom stream wir waren montbijoux park wir sind lang gelaufen richtung regierungsviertel da war natürlich auch bei streamy streamy internet vorbei also du wirst bald auf twitch wie jetzt nochmal der name maric 78 genau da wirst du bald mandalas machen genau hardcore mandalas was in allen farben meine welt mandalas ja ich hab's einmal war ich ja bei dir und da du hast dir die pinsel auf den kopf gespannt genau und dann hast du so gemacht mit dem handstand und pinsel auf dem kopf dann geht's ab krass man also check maric ab kanäle sind in der video beschreibung falls jemand zuschaut der aus berlin ist schreibt doch mal bitte in die kommentare was es für geile spots gibt am wasser also der wetterbericht hat gesagt heute sonne also genau jetzt sonne ja doch sonne ist da hinter den wolken die agbs nicht gelesen gehabt verdammte axt schade auch maric hat mir gerade erzählt dass es die kubroller nicht mehr gibt ich bin die wirklich oft gefahren so da vorne sind wir vorhin gestartet da haben wir auch die rollers geparkt leider muss man den stream dann abbrechen weil schlechter empfang da wird es vielleicht aber noch die eine oder andere lösung geben aber es gibt natürlich auch immer wieder die nächste zeit neue videos auf dem youtube kanal hier deswegen die maric sagen wir die glocke oben und so glocke aktivieren glocke aktivieren und was noch und ein abo da lassen und abo da lassen und auch kommentieren und kommentieren und aber auch bei maric berlin aber auch bei maric berlin aber auch bei maric berlin auch ein abo da lassen glocke alles aktivieren was geht bald gibt es hier mehr videos und auch immer mal wieder stream je nachdem wie die internetverbindungen mit macht hier in berlin in diesem sinne bleibt gesund seid lieb bis ganz bald und wenn ihr hauen